Paw Patrol zur Zentrale Jake war gerade wandern, als er einen Adler mit einem verletzten Flügel auf dem Berggipfel sah. Paw Patrol, dieser Adler braucht unsere Hilfe. Skye hat eine spezielle Flugschiene, die dem Adler helfen wird. Sie muss sie Marshall auf dem Zug geben. Dann wird Marshall auf den Berg klettern und dem Adler mit Hilfe seines Röntgengeräts helfen. Rubble kann seinen Bagger einsetzen, um den Weg freizuräumen. Und Rocky kann sein Recyclingfahrzeug nutzen, um eine neue Brücke zu bauen und Marshall zu helfen, auf den Berg zu kommen. Alles klar! Paw Patrol, lasst uns den Adler retten! Skye! 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 Wir müssen dem verletzten Adler helfen. Sky muss die spezielle Flugschiene zu Marshall auf dem Zug bringen, damit er den Adler versorgen kann. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Du hast die Leckerlis gefunden. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die dich weist. Gute Arbeit! Die Felsen versperren aber den Weg. Wir können das nicht so lassen. Kläffe um Hilfe, damit Rubble sie aus dem Weg räumt. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die dich weiterbringen wird. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Binde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Sieh mal. Das ist ein verlassener Bahnhof. Hier fahren keine Züge mehr. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell. Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Gute Arbeit. Wir sind fast da. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Lass uns weitermachen. Marshall ist auf dem Zug vor uns. Hilf Sky, um die spezielle Flugschiene zu bringen, damit er dem Adler helfen kann. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die du einsetzen möchtest. Sammle alle Leckerlis, die gut gemacht sind. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die dich weiterbringen wird. Hilf Sky, sie muss fliegen. Perfekt. Das ist toll. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Du hast die Leckerlis gefunden. Fantastisch. Du hast es geschafft. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Marshal hat jetzt die spezielle Flugschiene. Hilf ihm, sie zum Adler zu bringen, damit er wieder durch die Lüfte gleiten kann. Doc, Marshal. Lass uns weitermachen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Finde alle möglichen Leckerlis. Welche Fellfreundfähigkeit möchtest du einsetzen? Gut gemacht. Gut gemacht. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell. Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Sammle gute Arbeit. Wir sind fast da. Der Adler befindet sich auf dem Gipfel. Hilf Marshal weiter, den Berg zu erklimmen, um den Adler zu retten. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die dich weiterbringt. Perfekt. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die du einsetzen. Das ist toll. Wenn du den Schlüssel gefunden hast, drücke die X-Taste. Wenn du den Schlüssel gefunden hast, drücke die X-Taste. Fantastisch! Finde alle möglichen Leckerlis. Finde alle möglichen Leckerlis. Sammle alle möglichen Leckerlis, die du findest. Wähle, welche Fellfreundfähigkeit du nutzen möchtest. Gute Arbeit. Wir müssen eine längere Brücke bauen, um die Kluft überqueren zu können. Wir brauchen Rocky, damit er diesen Schrott recycelt. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die du einsetzen kannst. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Du hast alle leckt. Du hast den Adler gefunden. Jetzt kann Marshall sein Röntgengerät verwenden, um herauszufinden, was nicht in Ordnung ist. Welche Fellfreundfähigkeit möchtest du einsetzen? Du hast es geschafft! Wenn du die Verletzung gefunden hast, drücke die X-Taste. Wenn du die Verletzung gefunden hast, drücke die X-Taste. Perfekt! Alles klar! Marshall hat dem Arter die Schiene angelegt. Er ist so glücklich, dass er wieder fliegen kann. Gute Arbeit, Paw Patrol! Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und ein anderes Bild freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Die clippinge waren, den benefit成f. Nicht gen�elieining sie nicht immer chlor�� collectively lassen. Und das ist die Lage, tires und dein Begräuel ist selbst unter Demo.